Moin Leute, was geht da? Willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video werde ich das erstmal bei Coberto Edition spielen. Und mit Timmy ist cool ein Projekt spielen namens Terra. Ist auf jeden Fall witzig geworden. Schaut dieses Video bis zum Ende an, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und viel Spaß mit dem Video. Wir zocken... was? Was denn? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Also wir spielen... Wir spielen jetzt ein Projekt. Oho! Oh, das ist ein Dorf. Ah, da auch. Ja, wir haben auch denselben Spawn wie das letzte Mal. Okay, wir fangen jetzt an. Das ist der Projekt Terra. Ja. Yay. Oh! Und was soll ich jetzt machen? Was wir immer machen. Würden. Hey, erstmal wir müssen so netherride und so. Dann wir machen so ähm... Also... Cheaten? Nein. Äh, wir gehen dann in nether und so. Dann wir bauen uns eine große Stadt. Hier. Im Spawn dann. Und... Ja. Dann versuch ich mich in nether dran zu kehren. Ja. Und dann war es das mit dem... Äh... Ja. Das wird so zwei Folgen lang sein. Nein, nein. Vom Sibia? Ja. Obsidian? Ja. Ja. Nein. Sollen wir hier jetzt umbauen oder... Nein, jetzt noch nicht. Erstmal so ähm... Halt die Tools suchen. Dann noch die Blöcke und so. Und dann haben wir... Äh, dann kommen wir hier zurück. Und dann machen wir erstmal so... Equipment holen. Nicht nur eine Sekunde, direkt ein Babyzombie. Oh oh. Wir hatten schlechte Erfahrungen damit. Yes, Babies. Oh! Creeper. Nein, 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 nein. Kannst schlafen gehen? Vielleicht? Nein. Warum hast du keinen Dach? Ich bin eingesperrt. Warum? Warum nicht? Hä? Jedes Zombie ist an der Tür. Aber die Villager, die stehen draußen. Ja, Mann. Ergibt Sinn. Okay, ich weiß... Äh, ich seh den Co. auf den Table. Bist du weiter... Ah, ich seh den... Ob sie. Ich hol's für dich. Jetzt geh doch hoch. Ich hab den ersten Dier. Natürlich nur einer. Nein! Zweiter. Wo ist er? Was warst du? Oh, ich hab den... 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 Ähm... Nix, nix. Alles gut. Gehst du jetzt da hin? Ja... Da, 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 da. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In der Höhle, fast gestorben. Ja. Oh, die haben kleine Kinder gemacht. Aber der rennt weg. Der rennt weg. Nein, Tim. Die haben zwei kleine Kinder. Ähm. Tim? Was? Was hast du hier gemacht? Hallo? Lass es. Was? Hallo? Ich komme nicht mehr aus. Ich will nicht mehr von dem sein. Das darf ich mal retten. Mach schnell zu. Also, ähm, dann, wir haben hier, ähm, ein bisschen so halt die Villager eingesperrt. So. Schön eingesperrt. Hallo? Du bist gebannt von meinem Haus. Gebannt. Okay, das war's dann mit Folge 1, wenn du's sagst. Bis zum zweiten Part. Okay. Zeit der Folge. Ja. Tschüss. Dann, ich hab ein Geschenk noch für dich. Ich wollte immer so eins haben. Okay, haut rein. Dann, ich hab ein Geschenk noch für dich.